Ich glaube, ich stelle den Presse einfach irgendwo hin, da steht das Verschlecht drin. Ja? Ja. Wir müssen wirklich mal irgendwas in der Form von einem Ordnungshaltesystem. Ich meine, ich wollte schon immer Tofu haben. Ja. Einfach wirklich nicht drin steht, wie es gemacht wird. So, dann mache ich halt die Angeln. Yay. Wenn es sonst keiner machen will, opfere ich mich halt auch fürs Team. Sorry, ich muss jetzt schauen, wie man Tofu macht in dem Spiel. Ja, ja. Ja, und ich bin hier gerade über diese nervige Flux Capacitor drüber. Ja. Ich meine, wolltest du nicht schon immer mal Tofu haben in Minecraft? Haben wir wenigstens Eier. Ich glaube schon, dass wir wenigstens Eier haben. Welche, die man auch verwenden darf. Wo ist ein Enderium? Nein, in der Kisten. Wir haben einen Enderium-Block in der Blockkiste da unten eingebaut. Nein, 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 nein. Das ist ein Ender-Block. In der Eier ist die Legierung. Ach so, okay. In der Eier ist in der mittleren Kiste, irgendwo in der mittleren Kistensäule. Ach so. Nett, man kann Spargelsuppe machen. Jo, toll. Mhm, um einen Schießburger. Äh. Ich finde es aber auch nett, dass das... Ne, keine Ahnung. Wo finde ich jetzt? Nirgends. Äh, was wollte ich eigentlich machen? Haben wir noch Lüner? Wieso fliegen eigentlich unsere ganzen Lüner hin? Wie hieß das nochmal, was ich machen wollte? Tofu, genau. Tofu, hm? Wie hieß das nochmal? Jo, das Ding ist jetzt, äh, fertig. Da kriegen wir ganz schön viel Zeug raus. Auch viermal eine Ender-Thermic-Pump. Bauen chicken in schwarz. Also irgendwie... Weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich mache aber nochmal so ein System mit den Eiern. Das hat ganz gut geklappt. Ja, das war ganz okay. Wenn ich noch einen leeren Hopper finde. Ja. Ähm, der Quest ist fertig, ne? Ne, ne, der muss voll geladen sein. Nein, wieso nicht? Wieso nicht? Denkst du wirklich, der Mod ist so schlau, dass er auf Metadaten guckt? Ne. Weiß ich nicht. Ich meine, ich sehe die Damage-Bar da unten. Die ist voll gefüllt. So, gehe ich davon aus. Werden welche? Äh, die eigentlich letzte in Darn-Hin-to-Sky-Block. Nein, ich meine, welche... Welchen Beutel? Achso. Ich nehme den ganz linken. Und der ist? Greater. Okay, also... Greater ist für sowas... Naja. Unangebrachte eigentlich. Ich nehme die Mitte. Ja, wir haben dafür alle eine Endosermic-Pumpe. Okay, der ist basic. Nicht die Mitte nehmen. Diamond Horse, Armour mit Scharpen ist 5. Yarr. Ich habe Fist-Sharki bekommen. Schön. Toll. Und 10 Millionen Energie. Ich nehme kurz zuhören. Firm Tofu can be used instead of eggs or any raw meat. Das heißt, egal was du machen willst, wenn du aus irgendeine rohe Sache brauchst, kannst du da Tofu hinpacken. Okay. Delicious. Dafür brauche ich jetzt Sojabohnen. Warum outputtet der keine Energie? Was denn? Hm, zum Laser Drill hin. Ach du hast, okay. Ähm, weil das Ding auf... output stehen ist. Oh, okay, warte. Haben wir Sojabohnen, muss ich erst mal suchen. Herzer. Ah, cool. Ich hoffe, dass wir irgendwann noch Sojabohnen haben, ansonsten ist nirgends ein Problem. Und noch eine mehr. Mein Bär will keine Sojabohnen. Warte, ich habe noch... Nee, doch nicht. Ich habe noch Impuls-Item-Ducts. Hier. Ich finde es schön, wie ein ganz anderes Gespräch fühlt, als ihr bei. Oh, ich nicht, danke. Ja, 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 ja. So wie immer. Packen wir die Hühner hin. Weit weg. Beim Zuckerrohr. Okay. Packen die Hühner bei die Hühner. Nee. Doch. Haha. Oh nein, da macht das recht wenig Sinn. Kann ich dich so abbauen? Kann ich nicht. Äh. Kling? Kling. Spider-Man 1 auf dem Ring. Na super, mit 30 Leveln Spider-Man 1. Ja. Klasse. Ist doch voll adäquat und so. Was macht der Spider-Man überhaupt? Kannst du Wende hochkleidern. Und wie? Ja, wahrscheinlich mit Steuerung, wie alles andere auch. Nee, okay. Dann liest du das Buch mal durch. Nee, mit uns schon geht's auch nicht. Genau. Toll-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo. Wo sieh' es doch. Die Chicken Eier spawnen Silverfishes. Was ist denn das? Es steht Stick'n Ei drauf, die sind umbenannt. Und der Silverfield schmeißt an durch die Luft. Das ist nicht schön. Markus, es ist ins Required. Wenn ich wüsste, wo du bist. Draußen. Beim Zuckerrohr. Beim Zuckerrohr. Ich komme. Wo ist er denn? Da drin. Hey, ich kann nicht mehr so hoch springen. Hi. Pass auf, der schmeißt dich hoch. Ich kann den nicht angriffen. Ich treff den Block immer. Ne, ich kann den nicht angriffen. Warte. Ich merke, ich muss auch mal in der Kette wieder anlegen. Spiegel, Spiegel in der Hand. Tja, jetzt ist tot. Okay. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Dann zerbrach der Spiegel und war nie mehr gesehen. Aha. Ich vergifte jetzt einen Andermann. Okay. Mach David mal. Er springt rum. Danke. Du mich auch. Was war denn? Ach, er hat mich auch angezündet und vergiftet. Ach so. Mal wieder. Höhö. So, das sieht auch nach Höhen aus. Nach Höhen, hm? Boah, Spider-Man ist ja richtig übel. D-D-D-D-D-D. Also geht's doch. Ja, ich kann halt jetzt alles hochklettern. Also wirklich alles. Ich weiß. Traurige Leute, die Hühner heißen Spawn Silverfish. So heißen die Hühner alle. Bin mal gespannt, wie die Eier heißen. Ach ja, was soll ich eigentlich mit der Ender-Chamic-Pump machen? Öh, die kannst du im Nether aufstellen, die pumpt dann Lava hier hoch. Okay. Am besten damit ein Magnetik-Dynamo. Brauchen wir doch eh nicht, oder? Wir haben ja genug, glaube ich. Öh, theoretisch, ja. Ansonsten, das ist eine normale Pumpe halt. Kannst alles damit machen. Ich glaube, wir sollten wirklich unser Power-System mal restrukturieren. Ja, dass da hinten reingequetscht ist, habe ich schon gesagt, dass das nicht so toll ist. Dann machen wir das mal. Okay. Ich habe hier gerade was geklaut. Ach, ihr klaut mir alles Mögliche was. Du, der Vacuum-Hopper. Also müssen wir unsere Energieproduktion outsourcen? Nicht wirklich outsourcen, aber mal mehr durchplanen. Okay. Ja, weil hier hinter der Dinger ist eigentlich noch genügend Platz. Hinter der Smilterie. Und das ist ganz in der Nähe von allen Leitungen, die man braucht. Deepfrog. Hier, ja, passt. Wir müssen halt nur eine Leitung nach oben hier verlegen. Ich glaube, da so im Schweben möchte ich das ungern machen. Was denn? Ja, dass wir hier eine Leitung hoch verlegen oder eben das Cobblestone mis was ausbauen oder beides. So am besten, glaube ich sogar. Na ja, hüpf. Was mir jetzt gerade einfällt, ich will den Bilderswand. Willst du das also? Ich habe entdeckt, dass wir so einen Unstable-Inget-Maker haben. Jo. Weißt du, wie man die Dinger macht? Ja. Wie denn? Also, am besten mit Goldnuggets, weil dann zerplatzen sie nicht. Aber dann müssen sie auch teurer, ne? Ja. Ja, ich mache es mit allen. Nicht konzentrisch. Also, wir brauchen mehr Corn-Nütz und wir brauchen mehr Liquid-Ducts. Und es werden immer Liquid-Ducts bleiben, auch wenn die Dinger jetzt Fluid-Ducts heißen. Hm. recently. ein aktiver man muss das jetzt aktivieren ich dachte weiß wie man es macht das geht über eine enchantment table auf dem du dann bei mitternacht im redstone kreis ein jungfrau opferst oder ein anderes tier nicht dein ernst doch okay da kann ich gleich full power machen das stört mich jetzt aber dass ich keine soja bohnen habe ich glaube ich versuche ein bisschen bauen mir auf sein auf gras zu pflanzen bis irgendwas rauskommt ich war vorher dunkel ich mir den raum aber natürlich nicht hab ich bin ich zu voll zu wo ist schon wieder unser ganzes leder hin wir hatten noch gar kein leder wir hatten leder ja drei sechs wo ist unser ganzes vieles leder hin ja dann lass uns mal leder machen mit dem chemistry set da dann mach mal leder mit dem chemistry set da hm simon moment ich kümmere mich erstmal um die energie ja muss ich auch prioritäten setzen so energy cell bomb weil es geht was denn ist doch viel kompakter und viel platzsparender und viel schöner hm so warte auf kommen sie da das ist nur die frage warum da keine energie rauskommt oder eh hast du das doch nicht angeschlossen oder wie auch ist es eigentlich oder ach das puff hat da hinten die zelle aus ok ich hab mich schon wundert warum die hier so verliert so 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 dass wir dann so ja egal was hier in dem spielgritt aussehen ich bin ja so einfach grün yay ach ich hab drei stücke ok immerhin Ich find's einfach schön, wie ich jetzt hier den ganzen grünen Bereich hier so umgepflanzt hab damit, ne? Also einmal mit Grasbedeckter und die dann mit einer Cycle abgebaut hab. Und ich einfach... ich hatte mein Inventar noch ziemlich frei. Hier liegen noch ca. 10-15 verschiedene Sorten an Sachen, die ich nicht aufsammeln kann und mein Inventar ist voll. Okay. Du glaubst nicht, ich hab hier in der kurzen Zeit Samen für alles. Papayas, Kirschen, Kokosnüsse, verschiedene Gewürze, Rhabarber, Kaktus, Blaubeere. You wouldn't imagine. Ich hab nicht mehr sicher, dass ich jetzt ständig irgendwas Englisches reinwerfe. Ist doch okay. Aber ich doch hab nichts gegen. Markus, hier was der Rhabarber ist gesund. Cool. Was hast du mal? Hast du doch schon da. Der läuft ja weg, um's eher nicht aufzuheben. Ach, scheiße. Ist es halt. Ja. Von Blumensamen, wie niedlich. Wenn ich das richtig im Kopf hab, werden Sojabohnen ähnlich wie Silvercane gepflanzt neben Wasser, müssen die sein. Ja, ich hab nämlich witzigerweise gerade den Thread gefunden, wo der Vorschlag gemacht wurde, Soja einzubauen. Da hat es jemand exakt durchgeplant. Wer hat eigentlich wieviel Herzen momentan? Von Exerlingern. Äh, 12 insgesamt. Also zwei Herzcontainer. Ja. Ich hab drei Herzcontainer. Okay, weil wir haben momentan 13. Komm mal frei, zugänglich. Wir können doch 13 machen. Mhm. Ja, dann mach die doch alle mal. Ich soll Leder synthetisieren. Das wollt ihr doch mal Markus machen. Mhm. Ja, also ich brauch deine Hilfe dabei, aber ich keine Ahnung hab wie du sonst. Ähm. Ja. Das ist das einzige was du als Hilfe brauchst. Der Rest ist ein Chalkenrezept. Wir müssen einfach nur die Sachen da reinlegen. Okay. Und eben die Orb in den richtigen Slot packen. Gut, also was soll ich jetzt nochmal machen? Hm? Wir sollten doch irgendwas... oder ich sollte doch irgendwas machen, oder nicht? Keine Ahnung. Leder. Beziehungsweise die ganzen Herzcontainer. Herzcontainer, okay. Wo steht denn das Alchemy? Ist das das da drüben? Jaja, das ist das auf der... äh... Plattform links, genau. Hey. So... Ach, Invar brauchen wir jetzt auch. Das braucht jetzt auch Blut, oder wie? Ne, okay. Ne, das braucht sie, weil ich weiß nur die... äh... Scherbe. Also, da die Orb, wie du da hast. Ist was da ist. Und Wasser. Ohne Wasserpool. Hm. So, das, 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 Invar. Wir haben noch exakt 13 Invar. Passt das? Ne, ich brauch 26. Genau die Hälfte. Ja. Geil. Ja. Ja. Ja.